Was geht ab, man? Was geht ab? Was geht ab? Was ist denn der Anfang? Hallo, hey, Moritz. Das war eine Fehlentscheidung. Moritz, schau dich, ok? Ok. Komm mal nach oben. Ach du scheiß. Okay, Moritz. Du kannst wieder schauen, also du kennst ja vielleicht unser Gästezimmer, so ein Tier auf einmal ins Auto hängen Oh mein Gott, das war unerwartet Leute, also Simon Willard ist auf jeden Fall herausgefordert zu einer Challenge Und zwar sollen wir an seine Wand mit Graffiti Farbe ein richtig geiles Bild dran malen Leute Und da kam für mich natürlich nur der Hey Blitz in Frage Leute, den Rest seht ihr auf jeden Fall auf Simons Video Es ist auf jeden Fall echt witzig geworden und schaut es mir auf jeden Fall an, Simons Video ist oben in der Beschreibung verlinkt Leute Leute, auf jeden Fall ist es jetzt also Zeit abzustimmen Leute, geht auf Simon Willis Instagram auf und stimmt ab Leute, was sieht geiler aus Oder hier das hier Leute, diese Rocket Leute, mega crank, mega, ja heftig auf jeden Fall Oder Leute, diese absolut crazy Wand Leute, die mit dem Blitz hier Und wir müssen hier anwerfen Leute, das geht hier across the land Leute, ihr seht das hier Wir haben sogar ein bisschen von der Decke angekommen Muss man ja auch mal nöten, muss man auch mal wählen, ne? Die Botschaft nicht vergessen, die Botschaft Die Botschaft Die Botschaft Da fragt man sich so, hm, wo geht der Pfeil hin Leute? wat passiert hier? Ah! Stimmt am Ende vorab Leute, ich nenne nicht die geile Challenge Hier sind Abschumstüche, weil wir sind alle voll mit, also ich weiß nicht, ich bin bei euch Bin ich, bin ich voll mit? Nooo! Oh, Scheiße! Oh, Oh, Sh! Nooo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Hallo! Okay, warte, jetzt ist es zugeleicht, ich muss den Rockpasteln, also die Hände, das ist so... Leute, uuh! Leute, kann das was? Okay, Leute, stimmt auf jeden Fall ab, es muss aber hier auch alles fair bleiben, Leute, ne? Äh, ja, ich weiß, ihr den D-Gerhüt, seht ihr auch immer bei ihm Video, weil ich Scheiße in der Kerze bin. Alles klar, Leute, ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem D-G. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Leute, was geht hier ab, Alter? Mega, mega chillig, auf jeden Fall. Guckt euch einfach mal diese Tampolis übernommen. Wieso, ist das sicher? Scheiße! Ja, scheiße, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Leute, das war auf jeden Fall schon mal mega-crazy, wir sind jetzt hier in der Team-Will-Wohnung, Leute, guckt euch da mit der pinken Wand. Ey, das ist eigentlich nicht mehr gerade, das ist voll schön, Mann. Leute, jetzt wollen wir noch ein wenig mit dem Boosty-Bot, ein bisschen Action machen hier, Boosty-Bot, Wolf-Bot, whatever. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in einem Park, und ja, der gute alte Simon, der wird jetzt hier das erste Mal sein, das erste Mal hier... Geile Scheiße, äh... Okay, okay, nicht schnell, ey! Geh durch, geh durch! Wow! Okay, dauert schnell! Gehübt, oder? Junge, was kann der nicht? Ja, wie kann der das direkt? Okay, Moritz, also, du fährst los, ich jump über dich drüber! Okay, Leute, was geht hier schon wieder? Absolut crazy! Ich wäre fast gestorben! Was ist heute schon passiert? Ich wäre fast gestorben, ich wurde entführt, und ich habe jetzt hier mein T-Shirt voll mit... Oh, mein Gott! Nein, ja, es war schon voll geil, aber... Geh fit, geht fit, ist geil! Spillig! Jaaaaah! Oh! Wow! Junge! Shit, ey, ich habe da nicht fast gecrashed, gell! Leute, wir machen jetzt hier noch ein bisschen, äh, Foto-Instagram-Bild, sprühen wir uns jetzt gegen den nicht an, du, ich springt um, let's go! Okay, 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 warte! Willst du das auch kurz zu machen, oder wie? Okay, äh, voll schwierig, hab ich nicht... Warte, 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 wie Spaß! Boah, tschüss, rot ist halt krass, Digga! Und dann sind wir so unglaublich dumm gewesen, haben uns alle mit dieser Farbe angespült, ja! Tja, das war auch alles schön gut, bis dann Tim diese eine Bemerkung gemacht hat. Siehst schon kommen, wie Moritz in der Dusche steht und das nicht abbricht? Alter! Siehst schon kommen... Siehst schon kommen, wie du in der Dusche stehst und das nicht abbricht? Warte, Markus! Ich sehe schon kommen, wie du das! Oh! Oh! Junge! Junge! Geh schnell, rot, geh schnell! Krass, Dig! Du bist jetzt auf jeden Fall Kriegsbemalt! Das ist geil, oder? Also ich bin fresh! Oh mein Gott, okay, let's go! Was geht nicht ab? Es geht nicht ab! Ey, ich bin auch echt gespannt! Du hast gerade meine Edelstahluhr kaputt gemacht! Ist das eine Apple Watch jetzt eigentlich? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie ist das locker ihre 5000 Euro wert? No, Honey! Honey, no! Leute, das war es auf jeden Fall mit diesem geilen Tag hier in der Team Will Wohnung! Leute! Abonniert! Hey, Moritz! Und, Leute, abonniert auf jeden Fall auch Simon, Leute! Richtig schön nicht, dass er uns hier in seine Wohnung eingeladen hat! Geiler Sonntag gerade auf jeden Fall! Mega, mega cooler Tag! Auf jeden Fall, wir sind jetzt komplett zerstört! Das kriegt man nicht ab! Wir haben das schon vorhin versucht abzumachen! Das geht einfach nicht! Ja, moin! Ich hab morgen einfach einen Live-Auftritt vor vor vielen tausend Leuten! Das wird auf jeden Fall nicht sein! Ja, moin! Haut rein, Leute! Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder! Folgt bei Instagram! EttersayMoritz, das sind wir fast bei 100.000! Haut rein! !